Neuer Kombi-Ticket beim Mönchsberg-Aufzug. Skigebiete in Salzburg streben gemeinsam mit der Salzburger CO2-Neutralität an und Versorgungssicherheit. Fernwärmeleitungen wurden in Salzburg kontrolliert, das sind die Themen. Und somit herzlich willkommen bei Salzburger Aktuell. Seit 1. Februar gibt es das neue Kombi-Ticket mit dem Mönchsberg-Aufzug. Dieses beinhaltet die Berg- und Talfahrt und den Eintritt in den Wasserspiegel, das Wassermuseum der Salzburger AG. Wir haben ab Februar jetzt neu unser Kombi-Ticket mit Mönchsberg-Aufzug und mit Wasserspiegel, beides Angebote der Salzburger AG. Und der Wasserspiegel, der ist ja eine sehr, sehr interessante Ausstellung rund um das Thema Wasser, ist auf der einen Seite Teil des Hochbehälters und auf der anderen Seite mit Stationen, interaktiven Touchscreens, mit Exponaten und mit Erklärungen zum Thema Wasser, zur Wasserversorgung und auch Möglichkeiten Wasser zu verkosten und Informationen zur Herkunft des Wassers zu bekommen. Eine sehr, sehr interessante Ausstellung rund um das Thema Wasser, das wir jetzt ab Februar jeden Sonntag für Besucher öffnen und anbieten möchten. Mönchsberg-Lift und Museum der Moderne sind ein einzigartiges Angebot, das wirklich in die Salzburger Altstadt passt. Mit dem Mönchsberg-Aufzug hochfahren und dann dieses einzigartige Panorama genießen auf der einen Seite und auf der anderen Seite Kultur und Kulinarik im Museum der Moderne in Verbindung mit dem Restaurant M32 zu genießen. Das gibt es jetzt ab Februar neu mit unserem Kunstpaket. Zusätzlich bekommen Sie am Vormittag noch ein Kunstfrühstück dazu und am Nachmittag einen Kunstsnack und haben die Möglichkeit auf drei Etagen moderne, zeitgemäße Künstler zu erleben und deren Werke zu besuchen. Nachhaltigkeit und Klimaschutz stehen im Mittelpunkt, denn die Landschaft, die wir haben, können wir nicht ersetzen. So denken mittlerweile auch einige Skigebiete hier bei uns im Bundesland Salzburg und haben sich dem Projekt Clean Energy for Tourism angeschlossen. Beim Projekt Clean Energy for Tourism wollen wir die Skigebiete dabei unterstützen am Weg zur Dekarbonisierung. Dabei geht es um die Steigerung von Energieeffizienz durch die Integration erneuerbarer Energien und Technologien und auch darum, die Energieautonomie zu steigern. Und wir versuchen natürlich auch aus Salzburg hier dabei zu unterstützen, dass wir die Energie, die selber erzeugt wird in Zeiten, wo es nicht benötigt wird, dass wir das für Sie im Pumpspeicher Diesbach speichern und dass wir Ihnen das dann zur Verfügung stellen, genau dann im Winter, wenn es für die Besteinung benötigt wird. Das Projekt wird gefördert vom Klima- und Energiefahrer und wir sind hier Mitglied von der Vorzeigeregion New Energy for Industry. Einen ausführlichen Bericht zu Clean Energy for Tourism gibt es übrigens gleich im Anschluss in unserem Nachhaltigkeitsmagazin World Changer. Wir wechseln zur Fernwärme. Erst vor kurzem hat sich so einiges über den Nachthimmel der Stadt Salzburg getan, wahrscheinlich unbemerkt, denn ab 21 Uhr war ein extrem leises Spezialflugzeug unterwegs und hat die Fernwärmeleitungen der Salzburger kontrolliert. Wir machen solche regelmäßigen Kontrollen deswegen, dass wir die Versorgungssicherheit sicherstellen und unser Netz im Endeffekt auch wissen, wo Schwachstellen sind, wo gute Stellen sind, wo wir im Endeffekt irgendwelche Maßnahmen setzen müssen, um genau die Versorgungssicherheit und die Wärme zu gewährleisten. Also sehen wir auf die Bilder den Temperaturunterschied, der zustande kommt ausgrund dessen, dass da zum Beispiel die Leitung einen Isolierungsschaden hat oder einfach ein Rohrbruch, sozusagen das heiße Wasser austritt und diese Temperaturänderungen auf der Oberfläche werden durch diese Thermografie detektiert und durch das können wir feststellen, ob man da was für einen Schaden man da hat und was man dann machen muss. Also wir machen mit der Ergebnisse, die werden natürlich genauestens ausgewertet und dann wird betrachtet, wo man zum Beispiel eine schnelle Reparatur machen muss, die akut ist, weil man da einen großen Wasserfluss hat. Ja, grundsätzlich haben wir ein sehr gutes Netz, aber es ist natürlich so, dass immer wieder irgendwo Maßnahmen zum Setzen sind, dass wir die Versorgungssicherheit aufrechterhalten. Das war Salzburg AG Aktuell und gleich im Anschluss geht es bei uns weiter mit dem Nachhaltigkeitsmagazin der Salzburg AG. Wir zeigen Ihnen, wie Sie energieautark werden, sprechen über Smart Home, Chancen und Risiken und berichten über Clean Energy for Tourism am Kittsteinhorn. Das gleich in Salzburg AG TV. Das gleich in Salzburg AG